Toll, wir können uns Sachen schon kaufen. Ach so. Ich kaufe mir einfach irgendwas. Das ist ein Ring, der sieht hübsch aus. Und hier so einen magischen Stock. Hä, wie kann man die denn... Habe ich aus Versehen Sachen gekauft? Ne, was ich will... Was mache ich denn? Oh, Mann. Ich habe das mit dem falschen Knopf gemacht. Damage Block, keine Ahnung. Das sieht hübsch aus. Eine Axt ist immer gut. Ich kaufe einfach, was denn geil ist. So. Hallo und herzlich willkommen zu Sonntagsbox. Leon, auf! Und zwar zu einem... Leon! Zu einem besonderen Sonntagsbox. So. Also. Ich habe schon versucht... Wir spielen Sonnt... Also, es ist Sonntagsbox, ja. Aber wir sind zu zweit. Und das hat einen besonderen Grund, denn es ist Dezember Sonntagsbox. Und sozusagen ein Special. Ähm... Und das heißt, ich bin der Aufnehmende. Wie immer... Bist du das? Ja. Hi, du alte... Kackbratze. Alter, kann ich Sachen... Wie komme ich denn jetzt an mein Lager ran? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Wir spielen... Wir müssen Dota spielen. Das hat mir... Basti gegeben. Ja. Leon kennt sich wenigstens ein bisschen aus. Ich habe keine Ahnung. Also. Ist quasi LOL, nur anders. Okay, was geht ab, Alter? Na gut. Wir können auch unsere eigenen Minions irgendwie last hitten. Aua! Ey! Alter! Wie weit ging denn das bitte? Man muss dazu sagen, dass Leon ein bisschen Erfahrung hat. Mit LOL. Ein bisschen mehr als ich auf jeden Fall. Ah! Ich wurde gespottet. Ich gehe jetzt einfach drauf. Zack, boom, Alter. Oh, ich kann ihn betäuben. Okay. Ist gut zu wissen. Oh, oh. Äh... Vielleicht hätte ich mir irgendwas für Mana kaufen sollen. Was? Was? Och, Leon! Warum bist du denn so scheiße, ja? Warum konnte der mich tausend was dann, Alter? Was war denn das für ein Bullshit? Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, ne? Aber ich sehe leise aus. Warte mal. Ja, was denn? Ich habe dir was... Ich habe dir so Heilung gegeben oder so einen Scheiß. Oh, danke. Ich bin sehr... Ja, fuck. Wow. Geh doch auf ihn, Mann! Ich habe auf ihn geschlagen. Aber irgendwie schlägt er in die andere Richtung. Ich hasse auch gar nicht, was ich mache. Ich komme nicht weg. Warum kann ich mich denn nicht bewegen? Ist du scheiße oder was? Du standst da rum und hast einen Minion angegriffen. Es könnte sein, dass ich was komplett Falsches angeklickt habe. Komm. Ja, ich bin doch da, Mann. Ah, ich bin angerufen. Ah! Ah! Rage von diesem Teil einfach. Hä? Unser Kollege kann einfach... Nein! Warte, ich warte hier um die Ecke. Doch! Das ist eine Scheißidee, Mann! Okay, drauf, 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 drauf! Ja, super Idee, Flion! Oh Gott, vielleicht auch dabei! Okay, da ist einer. Jaja, okay, okay. Wo ist er? Aua! Weg, 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 weg. Nein! Leon ist zu spät! Was? Was ist das denn für eine Fähigkeit? Warum sind die alle hier, Alter? Ich verstehe meine Fähigkeit nicht. Kann man die irgendwo durchlesen? Ja, indem du da drüber hoferst und dann dir das durchliest. Ah, ja. Weiße, und ich weiß jetzt schon, was die sich das anguckt und meint, Häää, aber es ist witzig! Mami! Komplett dumm, Alter. Ja, der Junge ist auch dumm. Ist auch unfair, ja? Ich glaube, die haben Dota schon öfters gespielt, als ich. Oh Gott! Leon! Hilfe in der Mitte! Hilfe! Oh Gott! Jesus Christ, Junge! Oh, get fucked, Junge! Halt er mich jetzt? Der hält mich, oder? Ah, der stirbt! Bitch, Alter! Junge, ich bin Beste. Wie einfach jeder von seinen scheiß Autoticks mich stunnt, dass es so behindert. Das ist einfach dumm, Alter! Ganz ehrlich! Ja, was ist das denn für ein Charakter? Äh! Jeder Autoticks Stunt! Ja, wow! Jetzt sind die gerade aufwitzig. Ja, ich komme zu dem. Das ist doch Bullshit! Der Typ ist einfach... Ist einfach ein Fernkämpfer. Und das ist Bullshit. Geh einfach drauf, den. Ja, ich versuch's! Den haben wir. Boom, Alter! Ah. Ja, easy würd ich sagen, ne? Hashtag easy. Jetzt läuft's, Basti. Äh, Leon. Alter. Das werde ich nicht einfach so hinnehmen, ne? Was denn? Wie ich Basti nennst. Tut mir leid! Ich muss echt dringend pinkeln. Denkst du, ich kann... ... ... ... ... ... Nein, denke ich nicht. Oh, Mann. Slack bei mir. Ah! Wir sollten hier vielleicht raus, ne? Jetzt geht's doch erst richtig los. Und ich bin tot. Leon! Ihr habt mich da einfach alleine gelassen! Toll, Leon, toll! Oh, Mann. Ne, gehen wir auf den, Alter. Okay. Der war mal in Basti weggekommen. Cool! Guck mal, ich hab... Oh, oh, oh! Da! Auf den, auf den, auf den! Ja, ich versuch's! Oh, Gott! Oh, nein! Leon, von unten kommen noch welche! Junge, ey! Spaß, Spaß, Spaß! Junge, Alter, dieses Spiel fuckt mich so ab, ne? Was für pausiert, Alter! Ich weiß gar nicht, dass das geht. Ja, wahrscheinlich geht der da noch auf mich, ne? Es ist so lächerlich, ne? Alles ist scheiße, Alter. Oh, der ist ja weit voll kaputt. Warum? Dann wird der kickt deinen Schaden, ne? Jetzt gibt der Schaden. Das macht es doch kaputt, Jungens! Oh, Gott! Leon! Alter, Junge, ey. Das Spiel, ne? Alter, was ist denn das? Hier stunt dich doch alles! Alles stunt ein, oder? Das ist doch bullshit! Oh, Jesus Christ! Was? Der heilt sich dabei! Wie? Was hält ihn dabei? Fick dich, Monkey King! Ich verstehe hier nichts. Was für ein Secret... Was für ein Secret Shop, Junge! Alter, ich kann nicht hinterher rennen! Ich hab dich einfach anbeklickt! Es gibt einen Secret Shop? Oh, nicht. Es gibt einen Secret Shop? Ja. Wo? Was hab ich jetzt hier in so einen Extra Shop noch muss, um diese Scheiße hier zu kaufen? Och, leck mich doch am Arsch, Alter! Ja, der ist hier oben irgendwo. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich hab keine Ahnung, was ich kaufe, ne? Boah, ich muss echt dringend pinkeln. Ist mir so egal, ne? Oh, Gott. Warum? Hier stund dich jede Scheiße. Das hab ich schon mal gesagt. Stund einfach alles. Ich geh jetzt pink. Alter, ich hab endlich mal ein neues Leiton gekauft, glaub ich. Ja, rein, Brudi. Eine Ewigkeit später. Leon, bist du noch da? Ja. Haben wir verloren? Nee. Weiß nicht, es passiert nichts. Doch, in der Mitte greifen die gerade an. Ja, aber es passiert halt trotzdem nichts. Es sterben die ganze Zeit irgendwelche. Und ja. Ja, wow. Ja, ich sterbe. Ja, aber die ganze Zeit. Dass das Spiel nicht voran geht. Oh, 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 oh. Das, das sieht gefährlich aus. Fang das. Nein, das ist doch Bullshit. Wieso kann er mich von da töten und zieht einfach... Nö, kein Bock mehr. Ich glaube... Ich bin zeitig. Aber das ist okay. Ich habe halt ein Item, mit dem ich einen Baum fällen kann. Und ich weiß nicht, warum. Ich gehe. Ich gehe mal, Alter. Der Charakter fuckt mich so ab, ne? Jeder ist ein Auto-Attack-Stunt einfach. Leon, Leon! Oh Gott, Leon. Ich konnte dir nicht mehr helfen. Wieso? Das ist doch super unfair. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Renn, renn, renn. Wieso? Guck mal. Jede scheiße Stunt ein. Oh Gott, Jesus. Jesus. Hilf mir doch. Das ist Bullshit. Bullshit ist das. Das ist halt wirklich einfach Müll. Ganz ehrlich, seine Auto-Tags Stunnen einfach. Das kann doch nicht richtig sein. Also, ich weiß nicht, ob das seine Auto-Tags sind. Aber er kann es auf jeden Fall so oft wie Auto-Tags raushauen, Alter. Doch, first time, Alter. Das ist ziemlich unfair, ja? Was für eine Range hat er denn auch? Oh, ohne Witz, ne? Ich habe keine Lust. So hart unfair. Das ist einfach verretardet. Wir haben keine Ahnung von dem Game. Und kommen gegen Leute, die offensichtlich nicht zum ersten Mal dieses Spiel spielen. Habe ich jemanden getötet? Ich weiß es nicht. Wo sieht man das? Ich bin in der Luft. Was geht hier ab? Ich meine, vielleicht hätten wir das Tutorial spielen sollen. Nein! Oh Gott, jetzt gibt's hier Rumble in the Jungle, Junge. Nein! Junge, der tourtet mich halt einfach. Okay. Komm, man, kann man hier surrendern irgendwo? Wie die es einfach nicht geschissen kriegen, dieses Game mal zu beenden. Guck mal, wir haben 30 Kills in unserem Team. Die haben 63 Kills in ihrem Team. Das Game geht 37 Minuten. What the fuck? Ich habe meine Ulti immer noch nicht verstanden, Leon. Das fuckt mich auch ab, dass du ein Lager hast. Und irgendwie einen Rucksack, wo du was drin haben kannst, aber es funktioniert ja nicht. Und dann hast du noch so einen scheiß Biber, der für dich rumrennt. Junge, das Spiel, ne? Leon, ich bin da. Nee, das. Was ist das? Wow. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich wurde in den Diff geschleudert, bin runtergefallen und mich hat einer instant... Ich war Half-Life und der hat mich mit einem Schlag gekehlt. Okay, die sind auf 25, ne? Ja, ja, die sind halt levelmäßig schon so head. Das Game hat über 40 Minuten gedauert, obwohl die hart gewonnen haben. Junge, das musst du dir mal bitte auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben in unserem Team zwei Leute, die das das erste Mal gespielt haben. Diese Typen hatten 70 Kills am Ende, wir hatten 30 in unserem Team. Und es hat trotzdem 40 Minuten gedauert. Ja, weißt du? Das ist auch dumm, Alter. Guck mal, der Typ, gegen den wir auf der Lane gespielt haben, Alter, der hat sogar schon Rang und so alles. Wie komme ich denn hier wieder... Ach so, warte. Ich weiß noch nicht, was das heißt, aber der... Ne, Moment, Moment, ich hab's gefunden. Äh, von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen ist er schon am Ende von Stufe 2, ja? Und der hat auch schon Ausrüstung für seinen Charakter. Und zwar von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegenständen. Vier Stück, äh, vier Stück mit der Seltenheit. Mystisch, Alter. Mystisch. Das hört sich heftig an. Soll ich dir mal sagen, was wir für Ausrüstungsgegenstände haben? Gar keine! Wollen wir jetzt noch ein Game versuchen? Nein! Na gut. Fick dich, Basti. Stunde halt, ne? Ich würd sagen, Stunde haben wir eigentlich schon quasi vollgekommen. Ja, also Stunde auf jeden Fall. Fick dich, Basti. Ja, fick dich halt wirklich richtig hart. Ähm, du bist ein Drecksack und das kriegst du alles zurück. Tschüss. Hallo, Rhein. Ciao. Ciao. Ciao.